Ihr könnt sehen, wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? What's up, what's up, Skateboarder? Wie ihr an diesem Titel seht, Mr. First Tee, der Contest. Das allererste Mal habe ich mir überlegt, einen Contest zu machen, der Mr. First Tee heißt, weil ihr wisst natürlich, der Mr. First Tee Augenblick ist einfach der, du gehst irgendwo hin zu einem Spot, denkst dir irgendwas aus und machst den Trick First Try. Das ist einfach der Mr. First Tee Augenblick. Natürlich müssen wir das Ganze auf die nächste Stufe treiben, indem man einen ganzen Contest macht. Und zwar, du hörst direkt auf, wenn dein Run verkackt ist. Das heißt, fährst du den allerersten Trick an und schaffst den ersten Trick nicht, ist dein Run zu Ende. Oder natürlich, du schaffst 8.100.000 Tricks hintereinander, ohne aus der Puste zu kommen. Mr. First Tee, the Contest, right here, 2023, der allererste. Yeah, 15 Cent. Gee on the Radio. Part 10. Yeah! Damn! Get back! Damn! Bring it back! Woo! 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 Yeah, nigga! Hey, shit! Damn! Woo! 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 Stop! Stop! Damn! Come on! Stop, man! Come on! Damn! You're late, bro! Mr. First Team, right here. Thank you. Thank you. With an avion glass. Okay, we're going. Can we lose, right? This is so nice to fly with a big glass. 50 Cent! Let's go. She in the red house. Part 10! Damn! Get up! OG Distribution Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben Oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken Oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist Wir sind am Start Meldt euch bei uns, bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir jetzt gar nicht Es geht wirklich ab 50 los Und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis Welche Farbe man will und so weiter und so weiter Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen Wir werden natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll Oder was möglich wäre Und dann checken wir ab, wie das Ganze dann aussehen soll Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch Das können wir natürlich dann alles beim Angebot abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet Nein, sag mir wer ist ein Dealer, doch um so smartkelig, manche sind D-Dialer Hast du es noch nicht gehört in der City, Weiß sind tot, ich muss hustlen, you will No Scrypt, Dreh Flip, 5050 Digga rede nicht, sag mir wer ist ein Dealer, ey, sag mir wer ist ein Dealer Ich häng mit O.J. dem Pop